Neurologische Intensivstation. Lara kümmert sich heute zuerst um Sorgenpatientin Maike. Sie liegt wie viele hier im Koma und schwebt in Lebensgefahr. Ich würde ihn noch einmal in die Pupillen leuchten. Einmal auf. Das hatte ich gestern zum Beispiel erst. Da hatte sie einen Blutdruckabfall. Da habe ich dann auch geschrien. Dann kamen alle hierher und dann haben wir hier gemeinsam interveniert. Lara ist 22 Jahre alt. Vor drei Monaten hat sie ihre Ausbildung als Krankenpflegerin abgeschlossen. Jetzt arbeitet sie auf der Intensivstation an der Medizinischen Hochschule Hannover. Ihre Patientin Maike hat schwere Hirnverletzungen. Man kämpft um ihr Leben im Allgemeinen. Also das ist ja quasi das, worum es jetzt hier geht. Ob sie das Ganze übersteht und wie sie es übersteht. Maike hatte vor 14 Tagen einen Unfall, bekam Blutungen im Gehirn. Sie ist 28 Jahre alt. Maike heißt eigentlich anders. Um sie zu schützen, haben wir ihren Namen geändert und werden ihr Gesicht nicht zeigen. Lara hofft, dass Maike überleben wird. Ich hatte noch nie einen Fall, der mir persönlich nicht nahe gegangen ist. Man muss da viel drüber reden und man muss das auch lernen, damit umzugehen. Also ich persönlich habe dafür meine Ausgleiche. Also ich mache in meiner Freizeit viel, damit ich abschalten kann. Aber da geht jeder auch anders mit um. Und ich glaube, wenn man im Team auch viel darüber redet, also gerade bei jungen Patienten, das nimmt mich zum Beispiel sehr mit, muss ich auch darüber reden. Im Zimmer nebenan liegt Laras zweite Patientin. Auch sie ist im Koma. Kontrolle der Pupillen. So sieht Lara, ob der Druck im Gehirn steigt. Dann kontrolliert sie den Kreislauf. Jede Minute kann etwas passieren. Dieser ganze Druck, der jetzt auf einem lastet, dass man die Arbeit korrekt schafft, dass man sie in der Zeit schafft, dass man auch wirklich alles schafft und die Verantwortung zusätzlich. Also das ist wirklich der größte Unterschied zur Ausbildung. Also das hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ja, das ist der größte Unterschied. Jeder Arbeitsschritt muss im Computer genau dokumentiert werden. 15 Patienten überwiegend mit Hirnverletzungen liegen auf dieser Intensivstation. Hallo. Braucht ihr Hilfe? Susanne Heuer ist schon über 30 Jahre hier auf der Station. Bei körperlich schweren Arbeiten müssen sich die Pflegekräfte gegenseitig unterstützen. Susanne Heuer ist heute für drei Patienten verantwortlich. Alle in einem kritischen Zustand. Wenn sie jetzt drei Patienten haben, zum Beispiel dieses Zimmer, dann kommen sie an ihr Limit. Sie können noch, das Grobe kann man immer machen. Mundpflege absaugen, lagern, aber es bleibt weniger Zeit insgesamt. Ich kann das jetzt gar nicht so fassen, aber man wird dem Patienten nicht mehr so gerecht. Früher hatte sie oft nur einen Patienten, um den sie sich intensiv kümmern konnte. Alle zwei bis drei Stunden müssen die Patienten bewegt und umgelagert werden, damit sie sich nicht wund liegen. So auch Maike. Das geht nur im Team und nur, wenn genug Kollegen da sind. Auch Pause können die beiden nur machen, wenn andere ihre Patienten mit überwachen. Die Station verlassen, mal kurz zum Essen nach draußen gehen, dürfen die beiden nicht. Also ich würde gerne die Pflege machen wollen, aber nicht unter diesen Bedingungen, die hier heutzutage herrschen. Kostendruck, Personalmangel, man wird hier verheizt. Ne, würde ich nicht machen. Ich rate auch vielen jungen Kollegen, die sollen sich das sehr gut überlegen, ob sie das machen. Das ist ja in vielen Ländern sogar, dass die Pflege total gefeiert wird. Da gibt es den Nurse Day und das kennt man hier gar nicht. Wenn man gefragt wird, als was man denn arbeitet und man sagt ja, ich bin in der Pflege. Oh, das tut mir ja leid so ungefähr. Also das hört man wirklich oft und eigentlich ist es ja ein toller Beruf und da muss unbedingt was gemacht werden. Es fehlt irgendwo so ein bisschen der Respekt, finde ich. Die Anerkennung. Ja. Lara zieht Medikamente für ihre beiden Patienten auf. Sie bekommen durchgehend acht bis zehn verschiedene Arzneien, die sie am Leben halten. Lara kontrolliert jeden Arbeitsschritt doppelt. Vor allem bei der Menge an Medikamenten, die man hier gibt. Und da darf einfach kein Fehler unterlaufen. Ja. Wieder zurück bei Maike, die im künstlichen Koma liegt. So, ich nehme jetzt einmal bei Ihnen Blut ab, über den Zugang, den Sie schon in der Leiste haben. Ich nehme einmal die Decke weg. Sie merken davon auch nichts. Ich muss sie nicht piechsen oder so. Man weiß einfach nicht, ob sie was mitbekommen oder nicht. Sie sind zwar jetzt sediert, also in einem künstlichen Koma, aber ich rede trotzdem immer mit denen. Ja, okay. Dann, kurz vor Feierabend, kommt plötzlich ein Notfall. Alle, die gerade Zeit haben, müssen mit anpacken. Olli, kannst du bitte mal die Ärzte anrufen? Der Mann muss schnell an die Geräte. Seit halb eins ist der Patient im Prinzip kaltschweißig und hat keinen Blutdruck mehr. Ohne schnelle Hilfe der Pflegerinnen und Pfleger wird er nicht überleben. Ja, links ist ein bisschen größer als hier rechts. Jeder Handgriff muss sitzen. Auch bei Lara, die schon eine 7-Stunden-Schicht hinter sich hat. Gut, ich werde jetzt mich auf meinen Heimweg begeben. Danke. Tschüss. Erst seit drei Monaten hat Lara ausgelernt und arbeitet Vollzeit an der Medizinischen Hochschule Hannover. Am Nachmittag kommt Ausbildungskollege Lukas Wessel zu Besuch. Hallo. Schuki, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Mit ihm hat sie zwei Jahre lang die Ausbildung gemacht. Doch er ist, wie so viele, anschließend nie Krankenpfleger geworden. Hätte ich auch echt nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Nee, aber das ist irgendwie mein Ding. Es macht Spaß, ja. Ich hatte einfach so eine Gesamtunzufriedenheit. Und die hat mit der körperlichen Belastung zu tun. Und die hat sicherlich auch mit der psychischen Belastung zu tun. Aber was ich für mich so besonders ausmachen konnte, war halt irgendwie Schichtdienst. Dass mir das eigentlich total, ich weiß nicht. Ja, ich kann nicht verstehen. Ich finde das einfach ganz schade, dass die Pflege so ausstirbt quasi. Weißt du, was ich meine? Was da auch mit reinspielt ist irgendwie, dass Pflege eben noch so ein zweitklassiger Beruf ist, sage ich mal. In dem Sinne, dass es ein Ausbildungsberuf ist und wir so zwei Klassen. Aber du warst doch, in unserer Ausbildung warst du doch auch im Ausland, ne? Ja. Wo warst du nochmal? Irland. Irland. Und wie war das da? Da ist es ein Studiengang. Und da ist die Pflege angesehener? Da ist die Pflege viel angesehener, ja. Deutschland ist neben Österreich das einzige Land in Europa, in dem Krankenpflege kein Studiengang ist. Der Verdienst ist vergleichsweise schlecht, die Arbeit hart und es gibt kaum Aufstiegschancen. Auch deshalb fehlen in deutschen Krankenhäusern rund 70.000 Pflegekräfte. Am nächsten Morgen. Spätestens auf dem Weg zum Krankenhaus beginnt Lara, über ihre Patienten nachzudenken. Man weiß ja nie, was einen erwartet und man bangt ja auch mit den Patienten mit. Gerade auch bei so jungen Patienten, die ja eigentlich noch das ganze Leben vor sich haben und mitten im Leben stehen. Da möchte man natürlich auch, dass sie das gut überstehen und ihr Leben wie gehabt weiterführen können, ja. Wie hat Maike die Nacht überstanden? Gleich trifft Lara ihren Kollegen bei der Übergabe. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, es geht ihr gut. Dann erzähl ihr mal. Sie wird stabiler, aber die Schwankungen hat sie halt nach wie vor noch. Okay, weiß ich bestimmt. Die Sedierung haben wir gleich belassen. Vergangene Woche hatte Maike krampfhafte Verengungen in den Hirnarterien und sogar einen Hirninfarkt. Nur wenn sich ihr Zustand stabilisiert, hat sie eine Überlebenschance. Also im Vergleich zu meiner letzten Schicht gestern Morgen hat sich hier eigentlich wenig getan. Sie ist stabil und verändert, soll weiterhin erstmal schlafend gehalten werden, also quasi im künstlichen Koma. Man macht dann morgen früh nochmal eine Kontrolle vom Kopf, also ein bildgebendes Verfahren, CT nennt sich das, und schaut dann, wie das Gehirn aussieht, wie die Blutung aussieht und entscheidet dann, ob man sie eventuell sogar wach werden lassen kann. Und dann gebe ich ihnen durch die Magensonde nochmal ein bisschen Luft und schaue, ob die Magensonde auch richtig liegt, beziehungsweise die Duodenalsonde. Es blubbernt jetzt einmal im Bauch, genau, die liegt gut. Über zwei Wochen liegt Maike bereits im Koma. Man weiß natürlich nicht, wie das Outcome ist. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn sie aufwacht, ob sie dann genau die gleiche Person ist, die sie früher war oder ob sie vielleicht pflegebedürftig ist, ob sie sprechen kann, ob sie sich bewegen kann. Das sind alles ungewisse Dinge, ja. Die tägliche Visite der Ärzte. Der Neurologe Elvis Herrmann informiert sich bei Ärzten und Pflegern über Maike. Ich finde, sie wird stabiler, ansonsten bin ich soweit erstmal zufrieden. Der Mangel an Pflegepersonal ist auch für die Ärzte problematisch. Denn es sind die Pfleger, die sich rund um die Uhr um die Patienten kümmern. Dieser direkte Kontakt mit dem Pflegepersonal, der ist sicherlich entscheidend, auch für die Erkennung von schwierigen und kritischen Situationen. Wir würden uns wünschen, dass mehr Pflegekräfte eingestellt werden können auch und dass der Beruf einfach ein bisschen mehr unterstützt wird. Auch bei der letzten Nachtschicht war wieder zu wenig Personal da. Das hat Susanne Heuer bei der Übergabe erfahren. Jemand war krank und plötzlich kam noch ein Notfall dazu. Wenn nicht genügend Pflegepersonal da ist, jeder drei hat, kann man sich gegenseitig dann auch nicht mehr so viel helfen, wenn hier ein instabiler, auf zehn ein instabiler Patient. Und den anderen geht es ja teilweise auch nicht gut. Haben Sie ja mitgekriegt, Laras Patienten, die sind ja trotzdem auch zu versorgen. Oder dieser Notfall von gestern hier, ein frisches, geklipptes Aneurysma. Und was macht man dann, wenn man so macht? Prioritäten setzen, Pflege fällt hinten runter. Ja, ist einfach so. Da muss man gucken, was man dann noch leisten kann. Heute ist großer Medikamentenwechsel bei Maike. Lara zieht ein Medikament nach dem anderen auf. Alle drei Tage müssen sämtliche Medikamente und Schläuche bei den Patienten gewechselt werden. Das dauert. Wenn ich jetzt überlege, was ich noch alles vor mir habe und in meiner Schicht tun muss, und weiß, das ist schon 11 Uhr, der Spätdienst kommt schon in einer Stunde, dann muss ich mich schon beeilen, dass ich das alles schaffe. Auf jeden Fall. Gerade weil halt auch oft ungeplante Dinge passieren. Also gerade, dass die Patienten instabil werden oder irgendwie ins CT müssen, in irgendeine andere Untersuchung, wir Notfälle bekommen oder irgendwelche Blutwerte schlecht sind. Da kann das schon passieren, dass man sich dann eben beeilen muss, weil eben so viele Sachen zwischendurch anfallen. Gerade bei den Medikamenten ist es eben wichtig, dass man die Dösierung und Laufraten genau einstellt und da keine Fehler macht. Da muss man sich auch sehr konzentrieren. Kann das denn lebensbedrohlich sein, wenn du Fehler machst? Ja, das kann auf jeden Fall lebensbedrohlich sein. Da jedes Medikament überdosiert gefahren birgt, genauso wie unterdosiert. Und da muss man einfach zu 100 Prozent bei der Sache sein. Ich kontrolliere das dann auch mehrfach, wenn ich solche Wechsel habe. Einfach der Patientensicherheit wegen und auch damit ich mich absichere. Wie man sieht, das ist ein ganz schönes Chaos hier mit den Kabeln. Ultraschalluntersuchung bei Maike. Hassan Abuhabid untersucht, ob sie weiterhin Krämpfe in den Hirnarterien hat. Anhand dieser Untersuchung, das ist eine Dopplasmografie, können wir die Kranilengefäße erkennen, also wie schnell das Blut durch diese Gefäße fließt. Und anhand dessen können wir Rückschlüsse darauf schließen, ob die Patienten gerade VASO-Spaßmen haben, so Gefäßkrämpfe. Wir denken und hoffen, dass die Patienten diese schlimme Phase überstanden hat. Heute haben wir Tag 15 und danach sollten eigentlich in aller Regel bei den meisten Patienten zumindest, es ist so, dass sie keine VASO-Spaßmen an den Kippen haben. Okay, also bis später. Ja, bis später. Der Notfallpatient von gestern ist gestorben. Sterben gehört hier zum Alltag. Im letzten Monat waren es 15 Patienten. Gerade auch in der Intensivmedizin, wo man um das Leben der Patienten kämpft, ist es ja nicht wenig, oder kommt es ja nicht selten vor, dass die Patienten sterben. Da muss man auf jeden Fall für sich einen Weg finden, mit umzugehen. Ja, das ist ganz wichtig, weil man das sonst auch gar nicht auf lange Sicht schafft, in diesem Beruf zu bleiben. Wenn Lara heute nach Hause geht, startet die Besuchszeit. Maike bekommt jeden Tag Besuch von ihrem Mann und von ihren Eltern. Am nächsten Morgen. Maike soll zum CT gebracht werden. Ihr Kopf wird geröntgt. Bei dem CT schaut man jetzt eben, ob sich hier was verändert hat vom Kopf oder ob sie stabil geblieben ist. Und danach entscheidet man, ob man sie aus dem künstlichen Koma holen kann oder nicht. Und das hoffe ich natürlich, dass wir das können. Die künstliche Beatmung und alle Medikamente, die Maike am Leben halten, müssen mit durch die Flure bis zur Röntgenabteilung. Ein Arzt ist dabei, um im Notfall eingreifen zu können. Die Röntgenuntersuchung soll zeigen, ob Maikes Gehirn gesund genug ist, um sie endlich aufwachen zu lassen. Sie hatte eine geplatzte Arterie. Welche Langzeitschäden wird sie zurückbehalten? Gleich nach dem CT ist Visite von Chefarzt Joachim Kraus. So, guten Morgen. Morgen. So, was gibt's Neues? Ja, sie war ja jetzt im CT. Die Bilder sind da. Und dann, ich bin gespannt, ob sie wach werden darf. Okay, dann schauen wir uns mal meine Bilder an. So, okay, keine Infarkte. Okay, gut, ich denke, dann können wir das so machen, wie wir geplant haben. Dass wir sie wieder aufwachen lassen, die Ventril-Drainage sollten wir dann noch kurz nehmen. Okay. Dann vielen Dank und schönen Tag. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Und wie ist das jetzt für dich? Ja, ich freue mich, dass die Bilder so gut aussehen. Und ja, ich bin gespannt, wie sie wach wird und wie sie dann vor allem ist. Also ich bin gespannt, ja. Wird gleich die Sedierung schon reduzieren und dann mal schauen. Ja. Jetzt muss Lara allerdings erstmal ins Nachbarzimmer. Der Sorgenpatient von Kollegin Susanne Heuer wird für einen Luftröhrenschnitt vorbereitet. Das ist jetzt hier ein sehr risikoreicher Eingriff bei einem sehr instabilen Patienten. Deswegen sind wir auch alle vorgewarnt, dass hier was passieren könnte. Und deswegen habe ich noch so nebenbei ein kleines Auge hier mit drauf. Alle sind in Alarmbereitschaft. Vielleicht muss der Patient gleich wiederbelebt werden. Es sieht gut aus. Lara kann zurück zu ihren beiden Patientinnen. So, ich leuchte Ihnen noch einmal in die Augen. Okay, und ich sehe auch jeden Fall schon mal, dass Sie ein bisschen wacher werden. Ich habe die Sedierung hier runtergenommen. Dann erzähle ich Ihnen noch mal. Sie sind immer noch auf Intensivstation im Krankenhaus. Wir mussten sie noch mal ins künstliche Koma nehmen, weil sie im Kopf mit den Gefäßen solche Spasmen hatten. Und wir haben die Sedierung jetzt runtergenommen. Das bedeutet, dass sie so langsam wach werden. Nachmittags hat Lara ein bisschen Ablenkung. Sie hat eine Reitbeteiligung. Mindestens zweimal in der Woche ist sie bei Leonardo. Beim Pferd denke ich nicht nach. Das ist für mich genau das Richtige, um meinen Job zu vergessen und abzuschalten. Hier kann ich entspannen, hier habe ich meine Ruhe. Heute kann sie ihr Pflegepferd nur führen, weil es sich verletzt hat. Aber auch das ist entspannend. Ich finde, ich habe einen ganz tollen Job und ich mag es vor allem, in einem Team zu arbeiten und mit Menschen zu arbeiten. Ich habe Verantwortung und muss viel mitdenken. Ich kann Menschen was Positives geben und versuchen, ihnen zu helfen aus einer schrecklichen Lebenssituation heraus. Und mich erfüllt der Job einfach. Ich habe keine Waffe. Am nächsten Morgen, Frühdienst um 6 Uhr. Lara will von ihrem Kollegen wissen, wie es Maike geht. So, ich höre einmal auf ihre Lunge, ob sie auch richtig beatmet sind. So, und da ich sie ja jetzt ein bisschen wach werden lasse, muss ich leider ihre Hände fixieren, damit sie sich den Tubus nicht rausziehen. So, das und das. Und da muss ich einmal rüber. Moment. Alarm im Zimmer nebenan. Plötzlich sind die Werte von Laras anderer Patientin schlecht. Doch Lara stellt schnell fest, nur der Überwachungsklipp ist abgefallen. Heute steht ein großer Medikamentenwechsel bei dieser Patientin an. Außerdem muss auch sie gleich zum CT. Wir haben drüben das Bild gemacht, aber ich denke, unter ihr, diese Tücher, sind die Blatt so lang. Alles klar, wir sind mal weiter, danke. Sie hat ja nicht so viel geblieben. Weil alles gerade auf einmal passiert und bei vielen Patienten viel gerade los ist. Hier ist die Tätanswort, ein anderer Patient wird racheotomiert. Da könnte eventuell noch ein Notfall stattfinden. Und dann gibt es gleichzeitig eine Verlegung in die Rehabilitation. Und das ist gerade sehr viel. Lara sucht schnell noch eine andere, verträglichere Sondenkost für Maike aus. In der letzten Nacht hat sie alles erbrochen. Maike wird schneller wach, als alle gedacht haben. So, wenn Sie nochmal die Augen aufmachen, klappt das schon? Okay. Sie atmen jetzt schon selbstständig, ja? Das bedeutet, die Maschine macht da gar nichts mehr. Und wenn Sie so weitermachen, dann werden Sie bestimmt auch bald richtig wach. Und ich leuchte einmal noch in die Pupillen. Können Sie die Augen nochmal weit aufmachen? Ich helfe noch so ein bisschen nach, okay? Super. Okay. Alles klar. Dann komme ich gleich wieder. Was ist denn das Besondere an so einer Situation, wenn so ein Patient werfen wird? Also bei ihr finde ich das ganz besonders so. Das geht mir auch sehr nah, weil man so sehr mit den Patienten mitfiebert. Und gerade auch bei ihr, weil sie jetzt noch so jung ist. Und ich habe sie sehr, sehr viele Tage hintereinander betreut. Und ich habe sie mit aufgenommen, als sie hergekommen ist. Und da entwickelt man ja dann schon irgendwann so eine leichte Bindung. Und man wünscht dem Patienten ja auch, dass alles gut geht. Und ich bin einfach gespannt, wie sie das übersteht, ja. Laras andere Patientin kommt vom Röntgen zurück. Alle Kabel müssen wieder sortiert und angeschlossen werden. Dann, endlich nach vier Stunden, kann Lara die erste Pause machen. Für mich das schrecklichste Moment war die erste Sterbebegleitung, die ich gemacht habe. Das war eine Patientin, die ich ganz, ganz lange betreut habe und auch hier mit aufgenommen habe. Und als ich dann mit am Bett stand und wir die Maschinen ausgemacht haben und darauf gewartet haben, dass sie keinen Herzschlag mehr hat und von uns geht. Das war für mich ein sehr emotional schwieriger Moment. Also das war dann auch so ein Tag, da musste ich dann in die Stadt und mich ablenken. Also da brauche ich dann auch echt eine Pause. Und ansonsten sehr schwierig sind, finde ich auch die körperliche Belastung an manchen Tagen. Also heute zum Beispiel ist auch so ein wirklich extremer Tag, wo einfach so viel zu tun ist, dass man an die körperliche Grenzen kommt. Vor allen Dingen, weil heute auch mein 10. Arbeitstag in Folge ist und man kein Ende in Sicht hat. Also da fragt man sich dann auch, boah, muss es jetzt noch sein und kann ich nicht einfach nach Hause gehen? Das ist dann so eine andere Grenze für mich. Eine Woche später. Lara hat Nachtdienst. So, es geht einmal auf die Seite, dann wasche ich jetzt noch ihren Rücken. Diese Patientin ist wieder ein dramatischer Fall. Das ist jetzt auch eine recht junge Patientin, wo wir quasi eigentlich nichts mehr machen können. Und das Einzige, was wir jetzt hier noch tun, ist, den Körper am Leben zu erhalten. Mit der einen Patientin haben wir Erfolg gehabt, freut man sich. Und dann hat man halt auch Patienten, mit denen man dann nichts machen kann. Das ist leider so. Es wäre natürlich schöner, wenn hier alle gut rauskämen, aber das ist halt leider nicht so. Ja. Bei Maike hat das geklappt. Die junge Frau ist wach und konnte auf die normale Station verlegt werden. Da freut man sich auf jeden Fall. Also es war, war schön. Vor allen Dingen hatte ich das so auch noch nie, dass jemand lange quasi im künstlichen Koma lag und dann erst wach wurde. Sondern meistens sind das halt erst Operationen, die dann am nächsten Tag wach werden oder noch am gleichen Tag. Und man fiebert dann auch mit, was kann der Patient und was nicht. Und das ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass sie überhaupt wach wird, ja. Lara hat erfahren, dass Maike große Fortschritte macht. Sie kann sprechen und laufen, nur alles ein bisschen langsamer. Aber Lara wird ihre Patientin nicht wiedersehen. Auf sie warten die nächsten Schwerkranken. Sind da Zeit nachher dran? Gut.